Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 27 von Oxygen Not Included. Ja, wir haben hier die Pufflets beim Eingang. Da müssen wir ja gucken, dass der eine erstmal schon mal aus dem Schlafbereich rauskommt, rüberkommt, damit wir dann hier die Tür zumachen können und so weiter und so fort. Wir sollten vielleicht schauen, wenn wir einen neuen Dupe haben wollen, dass wir mehr Essen produzieren. Das heißt, unsere Farben müssen noch ein bisschen besser werden. Schauen, ob wir noch weiteren Bereich aufbauen können. Ja, und dann müssten wir noch weiter gucken. Das Wasser läuft immer noch schön ab. Vielleicht können wir hier noch mal einmal mehr aufmachen, damit es noch ein bisschen mehr abläuft. Ja, ich denke mal, das könnte man wahrscheinlich noch machen. Und ja, dann müsste man gucken, dass wir vielleicht hier wassermäßig was vorantreiben, damit wir dann auch die Toiletten umbauen können. Aber das machen wir alles noch im Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir mal laufen lassen. Wo geht die Reise hin? Das ist die Frage. Er müsste mal irgendwie rüber. Ach so, er pennt. Es ist gerade Nacht. Okay, das sah eben nicht so aus, aber okay. Müssen wir weiter schauen, dass das klappt. Gut. Ah, da wird die Leiter gebaut. Die hätte ich letztes Mal noch reingebaut. Wir haben oben fünf Masken in Auftrag gegeben, die auch gemacht werden sollten dann. Die Prio hier ist fünf. Vielleicht machen wir die mal auf sechs. Hier gibt es nichts zum Essen machen. Da könnte man allerdings zwei Umnetz machen, aber da fehlen die Ressourcen dann wohl. Ja, da müssen wir mal schauen. Ja, die Matchregel, die könnte man als Essen auch noch machen. Ist aber gerade nicht so vonnöten, ne? Hier wird noch schön geforscht, sehr gut. Hier wollten wir noch, das machen wir auch. Dann machen wir noch vielleicht das denn auf hier. Dann kommen wir da mit dem Wasser ein bisschen weiter. Und hier, wie gesagt, die Leitungen müssen noch fertig werden und so. Das ist auch noch gegeben dann, ne? Hier im Kühlschrank haben wir auch einiges an Essen drin. Zehn Kilo von hundert gelagert. Strom ist ja auch da. Ach so, ich wollte gerade sagen, ist der Pufflet raus, aber ne, er war nur vor einem Bett. Und jetzt haben wir gleich zwei hier dran, ne? Das ist jetzt nicht so schön, ne? Ja gut, der geht da weiter. So, was ist hier mit der Leiter? Die mache ich mal auf Prio 9. Und dann weiß ich nicht, ob die da hochkommen oder nicht. Müssen wir doch mal gucken. Hier ist ganz viel Erde. Hier müsste auch aufgeräumt werden, ne? Das ist auch so eine Geschichte mit dem Aufräumen, ne? Machen wir bei Trio 3 mit dem Aufräumen. Ich würde das jetzt mal hier so auf jeden Fall aufräumen wollen. Ist hier noch was aufzuräumen, ne? Hier liegt nichts, oder? Nein. Ah, hier ist jetzt schon das Wasser gemacht worden. Ja, hier können wir aufräumen. Da gibt es keinen Lagerplatz, habe ich schon gesehen. Hier auch aufräumen. Und hier kann man auch aufräumen. Da sieht es aber sowieso scheppig aus. Gut. Ja, hier fehlt Lagerplatz, wie wir gerade sehen. Dann sollten wir gucken, dass wir Lager machen. Verbrauchbare Erze, Kohle muss irgendwo noch eingelagert werden. Was macht es temperaturmäßig hier in den Ecken? Hier ist es nicht so. Könnte ein Lagerreich... Ah, die Maske wird gebaut. Lagerbereiche auch weiter hier oben bauen vielleicht, oder? Da kommt ein... Ja, gute Frage, wo, ne? Nochmal Temperatur einmal, bitte. Wo ist es denn noch warm? Hier links wäre es wärmer. Hier unten, aber da sind auch Algen wahrscheinlich. Ja, hier. Ich glaube, wir bauen mal hier noch was jetzt lagermäßig hin. Wenn ich mal schauen würde, warte mal, Ziegel bauen. Der Lagerbereich braucht ja gar nicht so hoch sein, ne? Das würde bedeuten, ich mache hier einen hin, da einen hin und da einen hin. Dann haben wir das schon falsch gebaut, ne? Aber ist ja auch jetzt nur die Tür da. Kann man untersuchen. Kommt man hin? Kommt man hin. So, durch den Datenbank des Gründers habe ich ein paar interessante Dateien. Durch den Datenbank Eintrück freischalten. Eintrack ansehen. Hallo Herr Kraus, ich habe Ihnen gerade einen unserer kleinen Chat heute ein E-Mail gestellt, um etwas vorzugehen, so dass Sie vielleicht gerne lesen würden. Ich denke, die werden es für Ihre Forschung hier frei... Erster Hauptsatz, zweiter Hauptsatz, dritter Hauptsatz. Na, okay. Die Hauptsätze der Thermodynamik. Okay. Gut, bereits untersucht. Dann ist da auch noch zu untersuchen. Neue Datenbank Eintrack freigeschaltet. Ja, ich führe also ein neues Sicherheitssystem ein, das die Türen öffnet, wenn Sie meine Hand scannen. Meine Frage ist, was genau scannen Sie? Die Leute aus der Technik sagen, dass die Türgerät nicht wie ein Fingerabdruckscanner aussieht, aber das Duo, das in Himyothenik arbeitet. Gut. Okay. Das haben wir dann auch. Und dann kann man es ja, glaube ich, nur noch zerlegen, ne? Und den auch. Und hier müssen wir noch rein, ne? Oder? Diese Tür kann nicht mehr kontrolliert werden. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir die kontrollieren können. So, warte mal. Das bedeutet, das abbrechen. Das abbrechen. Und dieses hier können wir deconstruct machen. Da ist ein Übersetzungsfehler noch dran. Hier ist alles gut mit der Batterie. Das ist auch gut. Das bedeutet eigentlich, wir sind fertig mit der Forschung. Bio-Schrank. Äh, Brutschrank, nicht Bio-Schrank. Fischfalletier. Haben wir da alles. Und hier ist die Automatisation mit einem Tiersensor. Anzahl der Tiere. Dekoration minus 5. Die Erkennung von Tierpopulationen kann helfen, ihre automatische Versorgung anzupassen. Aha, okay. Das wird interessant. Gut, hier haben wir dieses, habe ich schon gesagt, abreißen. Und dann würde ich sagen, machen wir das hier so, dass wir hier diesen Schacht rein arbeiten. und dort mehrere von denen einbauen. Dann müssen wir hier noch zwei Dinger weggraben. Und dann würde ich sagen, setzen wir gerade noch die Prio im ersten Bereich hier anders hin. Also das machen wir die Prio 5 und das machen wir die Prio 5. Dann ist das andere Prio 9, nicht 5. Dann geht das erst mal da. Hier können wir Kupfer zermalmen. Äh, zermalmen, Kupfer. Erz zermalmen zu Kupfer. Machen wir da mal 10 raus. Sauerstoff haben wir genug. Ich hoffe, der Wasserdruck wird nicht zu hoch, dass uns die Wand hier nachher noch kaputt geht. Dann haben wir ein Problem. Könnten natürlich auch noch eine Wand hier reinziehen, sicherheitshalber. Machen wir doch mal und setze die Prio mal hier auf 6, damit die schneller kommt wie alles andere. Ja, hier können wir jetzt, ah, noch nicht, der wird ja noch gebaut. Oh, hier ist schlechte Luft, Chlorgas drin, ne? Da müssen wir unbedingt was tun. Kein Sauerstoff, genau. Erle macht das schon. Äh, wir haben hier einen zweiten Stromkreis, der aber nicht angeschlossen ist, oder? Wo fehlt es denn da? Also, die Zuleitung ist da. Die Ableitung ist eigentlich auch da. Achso, hier wird noch, muss noch gebaut werden und da, oder? Kabel, ne? Ach, hier daneben überall, alles klar. Alles klar, das ist noch nicht fertig. Hier sind nur Einzelne fertig. So, okay. Jetzt haben wir da das Problem, dass da natürlich die Priorität des Untergrabens nicht richtig ist. Er pumpt schon wieder, das ist auch gut so. Kohle ist genug da, brauchen wir also keine Sorgen uns in der Hinsicht machen. Das funktioniert soweit. Hier wird Essen gemacht. Hier läuft das Wasser rein, das ist auch gut so. Das ist auch schon ziemlich weggelaufen, auch gut. Und diese Farmen brauchen noch Wasser. Ach so, Forschung fehlt. Da muss man schnellstens Forschung machen. Jetzt gucken wir erstmal in den ersten Bereich. Das hier ist eine Krankenstation und der Handlerzinfizierer. Und hier haben wir Deko-Elemente. Ja. Wandteppich, weitere Dekorationen. Würde ich jetzt nicht sagen, dass wir die unbedingt brauchen. Also hier brauchen wir so für die Anzüge dann. Hier ist Hochdruck-Gasabzug und hier ist es ein isoliertes Gas, eine isolierte Gasleitung. Eis, das ist Heizen und Kühlen. Ist jetzt nicht gerade gefragt. Das ist das isolierte Rohr. Surf-Simulator, Herzreiniger und Entsalzer. Hammer und automatischer Melder. Sweep-Dock. Hier haben wir noch einen Mini-Roboter. Die Rutsche können wir dann schon langsam einbauen. Metallreformie ist natürlich auch nicht verkehrt. Hier ist das automatische System. Ist jetzt noch nicht, glaube ich, so vonnöten. Petroleum-Generator. Ölbrunnen. Ölbrunnen. Der Entsafter. Ich glaube, wir machen das mal fertig. Dann überlegen wir den Gasherd, dass das Essen besser wird. So, die sind auch schon lecker am Essen. Achso, das war die Mütze. Und haben wir schon da unten was fertig? Nein. Ja, wir dürfen nicht mehr zu viel bauen, ne? Wir müssen warten, bis was fertig wird. Unser fünf Läutchen. Wir müssen jetzt erst mal arbeiten. Eigentlich müsste man jetzt hier so ein Dingensier die Prioritäten runtersetzen. Komplett irgendwo, ne? Und dann eins nach dem anderen anfangen, ne? Gehen wir mit der eins spazieren näher. Zack. Zack. Ne, die soll ja schnell abgebaut werden. Der hintere Bereich ist jetzt nicht so wichtig, dass der fertig wird. Die beiden auch noch nicht. Das hat jetzt auch keine Priorität, weil das Wasser sowieso im Weg ist. Obwohl die Pumpe sinnigerweise schneller fertig werden würde. Aber die kann man auch von da machen. Stromleitungen sind schon wichtig. Die Wasserleitungen haben wir, glaube ich, die Stromleitungen haben wir runtergesetzt. Wahrscheinlich hier. Ah, vielleicht auch die Wasserleitungen, ne? Weitere Stromkreise. Das ist erstmal alles soweit gut. Die setze ich mal auf. Ja, eins ist vielleicht mir zu niedrig. Die setze ich mal auf zwei. Äh, ja, hat gut geklappt. Und die setze ich mal auf drei. Da komm ein, den setze ich mal auf vier. Hier fehlt jetzt Strom. Warum fehlt da jetzt Strom? Hier ist doch, die Batterie ist leer, oder was? Was ist das denn hier eigentlich? Chlorgas, ne? Das müssen wir auch irgendwie bearbeiten, ne? Also, die Batterie ist gerade entladen. Er hat keine Kohle. Aber hier ist voll, oder? 20.000, ja. Mach den mal auf acht. Ist das ein Grund, dass die da nicht hinkommen? Eigentlich nicht. Oder ist hier was fertig geworden, was der Mordrak mir schon geschrieben hatte? Gerade gehen sie da alle essen. Wir haben im ganzen System jetzt durch kein Strom. Hier oben haben wir natürlich was mit Strom bauen, ne? Aber die Temperatur hier oben war schon warm, genau. Dann würde ich die Grabetätigkeit hier mal noch in Angriff geben, damit wir da hinkommen werden. Ja. Hier liegt schon eine Maske, oder? Ja. Sehr gut. Das Ding, hier geht schlafen. Das ist aber unser Nachtschichtler. Alles gut. Der Pufflet ist noch hier. Hier ist die Wand fertig geworden. Das ist auch fertig geworden. Jetzt ist nur die Frage, ob sie hochkommen, ne? Aber ich glaube schon. Ich mache das mal hier oben auf 9, dann sehen wir das gleich. Denke ich. Momentan sind sie mit sich selbst beschäftigt, oder? Wie sehe ich das? Katalina läuft da durch und holt Erde. Bringt die aber woanders hin. Auch nicht schlimm. Jetzt hoppsi sie machen was, ne? Hier wurde was eingelagert. Da wurde die Alge aufgenommen. Noch mehr Alge aufgenommen. Noch mehr Alge aufgenommen. Okay. Da wurde Erde geliefert. Hier wird der Kompost umgedreht. Okay, für den Sauerstoff wird gesorgt. Das Ding ist aufgestanden. Katalina holt Sandstein. Okay. Oben wird gekocht. Das ist schon mal sehr gut. Essen ist aber auch noch genug da. 14.000. Hier wird wieder geerntet. Also wird sogar noch mehr. Hier sollten wir dann überlegen, auf Dauer, dass wir das umändern. Ja. Nein, wir machen nichts Neues. Ich wollte hier schon den Tunnel freigeben, aber das machen wir erstmal nicht. Wir haben noch genug Aufträge da, ne? Aber wir sollten drüber nachdenken, noch jemanden mehr hier reinzuholen. Das Bett für den wäre schon fertig. Der Essenstisch wäre noch nicht da. steckt den mal hoch. Bereit mal das soweit vor. Die Pflanzen kommen hier alle. Und ich glaube, hier sind doch aber auch Mehlholz. Ja, wächst. Also hier ist überall was drin. Und wir können ja auch schon weiter hier anpflanzen, ne? So ist ja nicht über eine 6 oder 7. 3, 6, 7. Und dann frei. Dann müsste es passen, ne? Und wäre auch möglich, dass das gebaut wird. Okay. Da hat einer ein kleines Level abgehabt. Essen kommt rein. 16.000. Alles soweit gut, oder? Okay, jetzt haben wir gleich die Pufflets alle hier drin, ne? Dann hat das gut geklappt. Jetzt ist er leider wieder zurück. Da hätte man vielleicht ganz schnell die Tür hier zumachen sollen, ne? Auto machen wir. Ah, jetzt ist der Schlosser offen. Wenn der da drinnen geblieben wäre, hätte ich sie zugemacht. Dann hätte ich sie vielleicht hier irgendwie hochkriegen können. So, Essenstisch ist für den neuen Kameraden, der da kommen wird, auch fertig. Sollten wir alles hinkriegen, ne? Omelettes können da 3 gemacht werden. Barbecue 2. Läuft erstmal. Mehlhaus wurde geliefert. Hier oben wurde auch was gemacht. Also aber nicht was. Zwei neue Einträge. Okay. Forschung abgeschlossen. Ist auch klar. Objekte fehlen Ressourcen. Das ist alles beim Herd. Ungültige Konstruktion ist klar. Bedeutet, mach mal hier die neuen hin. Und Ellie ist hier, ne, Catalina ist das tatsächlich. Ist gar nicht Ellie. Die arbeitet da. Okay, dann wird das schon fertig noch. Kriegen wir alles noch hin. Ja, und lange Arbeitswege. Das ist natürlich auch ganz schrecklich, dass wir da noch nichts geschafft haben mit einer Rutschstange und sowas. Ja, das wird hier noch mit diesem Zeug noch ein bisschen ärgerlich werden. Das müssen wir gucken, dass wir das in die Wege dann leiten, ne? Auf Dauer. Okay, aber ich würde dann auch sagen, machen wir erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video gelade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.